So, auf geht's mit Gwit und dem zweiten Teil der World Tour. Mit drei Rennen. Auf, auf. Drei Rennen. Platz 8 jetzt nach der ersten Kurve. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. War so schön in mich reingepangt, Kollege. So, da. Wir waren auf der Strecke, zieht gerade ein bisschen weg. Okay, das hat er gut gemacht. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weisglock getrieben. Schön ist nochmal gedürftet und drei Autos. Da könnte ich ja Führung in die World Tour gehen. Jetzt gehen wir auf das erste Mal auf die Führung. Guter Start. Bleib an der Spitze. Dann können wir jetzt ein bisschen wegkommen. Jetzt sind wir wiedergekommen. Also, freundlich. Ja. So, das ist gut. Wie ist sogar... Geld? Hashtag noch gedürft und auf geht's? Philippen? Ja. Da seid oh. Ich muss natürlich bei uns glorious wie jeune. Bild macht es in entwickeln, die hier, die hier, auf sich zu machen. So, hier war die Boxengas, zumindest wieder mit Kampri-Kurs, also der Kurs hier, der Formel 1 so genutzt wird, jetzt sind wir schon mal dabei, die Runde ist geschwichtigt, die Kalle abkürzen. So, zusammen mit drei Rennen sind also wieder A3 Runden, das erste haben wir jetzt in einigen Kurven durch, bei einer guten Minute. So, jetzt ist die Zielgerade des Alternativkurses. So, jetzt ist die Kalle. das ist ja zielte kopf und wie geht es noch mal Und dann haben wir es erst zu rennen. Klar und so haben wir gewonnen. So, Ethereum durch. So, was haben wir als nächstes? Ah, okay. Ich stehe jetzt mal einiges kurzer. Der Lärm von Rennmotoren hallt durch die Stadt Shenzhen. Denn die Grid World Series ist hier mit einem ausgezeichneten Event. Kristen, was kannst du uns dazu verraten? Weißt du, ich habe da so ein Gefühl, dass einer der Fahrer da unten bereit ist, die Sache ein bisschen in... Entschuldigen. So, nächstes Rennmotoren 16. Jetzt rein. Entschuldigen Sie, sechs haben wir quasi die vor der ersten Kurve. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Ah, da würde ich gerade ein bisschen... Ah, da würde ich gerade ein bisschen... Das war's nicht. Natürlich wird das so aus. Also verteilt wir es ein bisschen... Das ist ja viel việc. Ahem, das ist schon so. Das war's kaing What? Das war's für ein bisschen. Ich bin 30 Grad. Du gehst da, woher ich vorgebracht habe. Weil wir leint uns ist nicht nur das constitution fraudiert. Sodass zwar sich erstmal auf welchenido. Aberverdefions kameras sogar sich das Neße auf ein wenigstime. Vorsicht! Du hast dieses Auto einmal zu oft gemacht. Genau, schon passiert. Du hast das Auto einmal zu machen. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. 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 Bleib bis zum Ende. Letzte Runde. Letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So, geht jetzt sofort los. So, geht's. 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 So, das erste Auto habe ich. So, geht's. So, geht's. Das ist hier 1.7. Außer 1.2. Okay, das ist jetzt eine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. So könnte ich mich nicht mehr sagen. Kann nicht verkehren. Ich muss jetzt gerade ein bisschen rein in das Ziel haben. Ich hätte mal die Möglichkeit noch vorhin zu kommen. Das kann nicht sein, ne? Ich war es mal auf 9. Ich gehe auf 14 Minuten dran. Ich gehe auf 14 Minuten. Ich gehe auf 14 Minuten an. Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Der möchte uns nicht vorbeilassen. Mein Gott. Der möchte uns nicht vorbeilassen. Jetzt gewinnen wir mal das Ding hier nicht, das ist klar. Und der Nächste, der uns einfach an die Wand drückt. Oh, was ist denn wohl? Zehnteil. Oh, was ist das? Oh, was ist das? So, auf geht's. Heißt du auch so viel Sieg oder was? Sieht so aus. Ja. Ja. Geschafft ist geschafft. So. Das haben wir ja alles geschafft. Und damit geht's dann morgen weiter. Ja.